Guten Tag, mein Name ist Bormann, ich bin Lehrer in Berlin und heute ist mein Thema mal das Wörtchen wir. Wer ist wir? Es fällt mir auf, dass es Leute gibt, die gerne ihre Sätze mit wir beginnen und dabei ist es häufig nicht klar, wen sie denn da eigentlich vertreten. Irgendwie das Grüppchen, was vielleicht gerade auf dem Podium steht oder eine Partei, eine beliebige Organisation, die eigene Familie oder Glaubensgemeinschaft. Wer ist wir? Bitteschön. Wir zusammen, wir alle. Wir alle. Muss ich mal überlegen, was das bedeutet? Wir alle? Gemeinsam? Zusammen? Es fühlt sich warm an. Ist doch ein schöner Gedanke. Aber ich weiß, dass jeder Mensch eigene Interessen hat. Die Oma möchte vielleicht, dass Kaffee und Kuchen eine halbe Stunde länger dauern, damit sie ein bisschen länger mit ihren Enkeln sprechen kann. Und die Enkel, die wollen vielleicht rausgehen zum Fußballspiel. Und ja, Mama und Papa haben vielleicht noch was zu arbeiten und müssen dann auch irgendwie zusehen, dass die ganze Aktion ein Ende hat und wollen was anderes machen. Und das ist jetzt nur eins von ganz, ganz vielen Beispielen, wo das Wir immer nur auf eine Aktion und auf eine bestimmte Zeit beschränkt bleibt. Also mit diesem Wörtchen Wir ist ja auch das größere Wort Solidarität verknüpft. Auch das ist tatsächlich eine Geschichte, die nicht universell verwendbar ist. Es gilt für eine Gruppe, mit der man sich solidarisch erklärt. Für einen bestimmten Zeitraum, um dann wieder das eigene Ding zu machen. Und deswegen immer nur in nebulösen Schwaden herumzutreten, wir zu sagen, nichts genaues weiter anzugeben und einfach nur höhere Ziele zu proklamieren, ist einfach nicht sinnvoll. Also in einer Gemeinschaft, die tatsächlich wir alle zusammen sind, alle die hier irgendwie in der Nähe wohnen, muss man sich natürlich überlegen, wie man zusammen lebt, wo man seine Straßen baut, wo man sein Kraftwerk hinsetzt, wie die Mobilität funktioniert, insgesamt, wie die Kinder zur Schule kommen, welche Schulen man hat, welche Bildungsinhalte man vermitteln möchte. Das sind alles Fragen, die nicht sofort geklärt sind, wenn man sie gestellt hat, wo man dann als Gemeinschaft auch viel darüber reden muss. Wir, da meine ich jetzt die deutsche Öffentlichkeit, die Menschen, mit denen wir jeden Tag hier zu tun haben, haben uns leider angewöhnt, nicht alle, aber viele, die Klappe zu halten, nichts zu sagen, keine eigenen Wünsche zu äußern, weil man heutzutage ja inzwischen schon Angst hat, dass man irgendwo eine falsche Formulierung wählt und dann irgendwie schief angeguckt wird oder korrigiert wird oder in irgendeiner Weise Weise auf jeden Fall erzogen wird. Und das macht einen kleinen und den anderen größer, der einen erzieht. Du hast vergessen, dies und das und jenes so und so und so zu machen. Eine Peinlichkeit kann ich Ihnen da sagen, die mir immer wieder passiert ist und vielleicht auch heute noch hin und wieder mal passiert. Ich bin in einer Gegend aufgewachsen, wo man wie und als verwechselt. Und wenn sie das als Kind gelernt haben und eben nicht in den höheren Gesellschaftsschichten aufgewachsen sind, wo man ganz genau darauf achtet, dass diese Dinge richtig gehandhabt werden, dann schleift sich das so rein und das ist ein Malus. Das ist etwas, was ihnen ständig aus Bitterbrot geschmiert wird und wo sie ständig merken, sie werden klein gemacht, sie werden klein gehalten, sie sollen ihre Sachen in diesem elitären Kreis nicht sagen, nicht ausbreiten, nicht verbreiten. Ihre Gedanken sind nicht gefragt. Sie als Person werden rausgehalten aus diesem Club von Menschen, die sich dann verbünden mit wir. Solidarität. Also die sich fett machen, dick machen, künstlich erhöhen und damit möchte ich auch mal sagen, nicht nur respektlos gegenüber schwächeren Verhalten, sondern auch Ansätze liefern, wo ich dann sage, das halte ich jetzt nicht mehr für demokratisch. Diese künstlichen Erhöhungen sehen wir zur Zeit bei vielen Aktionen, die so laufen. Ich habe heute Morgen das erste Mal von Covid Zero gehört. Covid Zero ist eine Schnapsidee. Also Viren bringt man nicht auf null, sonst hätten wir auch die Tuberkulose ausgerottet oder würde es auch nirgendwo mehr die Wollen festgeben. Und es gibt immer irgendwo ein Fleckchen, wo sich dann so bösartige Viren dann noch halten. Ebola. Es kommt halt auch hin und wieder mal vor, dass die Dinger sich dann irgendwie unkontrolliert ausbreiten und das muss man dann eben in den Griff kriegen. Aber man soll sich keine Ziele setzen, die man nicht erreichen kann. Also ich würde das nicht tun. Ich habe jetzt ansichtlich ich gesagt. Ein Wir setzt eine offene Gesprächskultur voraus, setzt ein Gesprächsmiteinander voraus. Es ist nicht automatisch so, dass ein Wir dadurch entsteht, dass es jemand von oben befiehlt. Ich finde, dass die klassischen Hierarchien völlig überholt sind. Also in jeder Hinsicht. In der Unternehmenskultur hat man sich da schon Jahrzehnte vorher Gedanken gemacht, wie man Unternehmen so organisiert, dass die Menschen intrinsisch motiviert arbeiten. Dass sie wirklich sowohl für sich selbst als auch für die Firma das Maximale rausholen. Wie man Win-Win-Situationen schafft. Nicht nur mit den Kunden zusammen, sondern auch mit den Mitarbeitern. Man hat da von Stakeholdern gesprochen. Also das sind alles Leute, die Anteil haben an diesem Business, an diesem Geschäft, an dieser Aktion, an dem, was da gemacht wird. Und man muss die Interesse von allen wahren in irgendeiner Form. Und ein guter Chef ist heute nichts anderes als ein guter Moderator. Er darf natürlich ganz gern mal ein paar Sachen auf den Tisch packen, die er irgendwo aus der Schublade gezogen hat, die von Wert sind, die alle wissen müssen. Er darf auch ruhig parteiisch sein. Aber das, was er nicht sein darf, ist jemand, der andere klein hält, runterputzt, in die Schublade packt, damit andere sie nicht sehen. Und auf die heutige Zeit bedeutet das, keine Plattformen abschalten, keine Zensur, keine Videos löschen. Auch auf die Gefahr hin, dass dort Fehlinformationen stehen. Aber wir sind ein selbst regulierender Mechanismus. Es gibt nicht das Wir, das durch eine Stimme da oben repräsentiert wird. Wir repräsentieren uns selber. Wir machen uns selbst eine Meinung. Wir packen alle Informationen auf den Tisch. Wir gucken uns das an. Wir lesen das einmal quer. Wir kommen zu Schlüssen, die wir mit anderen diskutieren. Ja, jetzt habe ich auch wieder Wir gesagt. Damit meine ich jetzt die Leute, die dann gerade diskutieren, die etwas sagen, die Gemeinschaft, die wir sind, als solche, die hier leben einfach. Jetzt also nicht als Glaubensclub oder so. Und nicht als ideologiegetriebene Gemeinschaft, die unbedingt irgendwelche vorgegebenen Ziele zu erreichen hat. Also das ist ja zum Beispiel auch nicht mein Ziel. Und das haben sie mir auch nie unterstellt hier in allen meinen Videos, dass ich hier irgendwelche Ziele proklamiere. Also das ist das Erkennungsmerkmal von Ideologien im Übrigen. Also wenn sie den Marxismus zum Ziel führen wollen, dann ist das eine Ideologie, dann ist es ein vorgegebenes Ziel, dann wissen sie, dass dann irgendwann der glücklich machende Weltkommunismus am Ende steht. Das ist eine Ideologie. Ich habe keine. Jetzt können Sie sagen, das ist ja genau der Fehler, dass die keine Ideologie haben, Herr Bormann. Ja, so ein Anti-Ideologie-Typ, der überhaupt keine Vision hat. Sorry, also so ist das ja nun nicht. Also ich glaube, die meisten Menschen hier auf dieser Welt können sich durchaus vorstellen, auf die Top-Prioritätenliste erstmal das Wörtchen Frieden zu setzen. Wie wir da dann hinkommen? Darüber müssen wir noch reden, oder? Nichtsdestotrotz gehört dazu auch, dass man anderen die Stimme lässt. Dass man mehr Ich sagt. Dass wir die Organisationen benennen, die irgendetwas wollen. Dass wir einfach mal wieder ein bisschen fairer werden. Also es gibt jetzt viele Sachen noch, die ich hier gar nicht sage, weil weil sie noch nicht reif sind. Alles braucht seine Zeit. Das, was wir im Moment gerade sehen, halte ich für eine ganz schreckliche, bösartige, Situation, in der wir weiterkommen, wenn wir aufhören, wir zu sagen. Wir müssen wieder sagen, ich meine, ich habe gehört, ich glaube, sagen sie, wenn sie es nicht genau wissen, ich, nicht wir. Und wenn wir dann fertig sind mit dem Reden, mit allen, dann können wir die benennen, die etwas durchsetzen, die etwas machen, die den politischen Willen umsetzen. also aufpassen mit die wollen mich wirklich ärgern, in jedem Video von mir gibt es irgendwie einen anderen Tod zum Abpfiff. Also aufpassen mit den Wörtchen wir und ich und so. Okay, ich möchte jetzt mehr ich hören von allen. Dankeschön. Herr S, auch schon mal, bei den Wörtchen wir uns enthalten haben, Vielen Dank.